Hi, hier ist Steve von Nogoku und Mann, was war das für eine Kampagne? Weil egal wie das Mitgliedervotum ausgeht, morgen, jetzt ist die SPD wach, die ist am Leben und diese Energie brauchen wir, die wollen wir einsetzen, weil nur damit können wir die Partei richtig erneuern. Und Erneuerung tut Not. 20,5% bei der Bundestagswahl, 15,5% in einer Umfrage. Wir wünschen uns jetzt glaubwürdig erneuern, von unten, oder sonst könnte die SPD für immer kaputt sein. Also wie? Ab morgen starten wir mit einem Mitgliederbegehren. Lieber Parteivorstand, lass die Basis entscheiden, wer die SPD führt. Die Zeit für Hinterzimmerdienst ist vorbei. Wir brauchen echte demokratische Debatte. Und nicht nur unter 600 Bundesparteitextdelegierte, unter der ganzen Partei. Also ab morgen, spd-erneuerung.de. Da gibt es unsere Mitgliederbegehren und da zeigen wir euch, wie es geht, wie ihr euch einbringen könnt. Und vor allem mit der ganzen Erfahrung, die wir jetzt gewonnen haben aus der No-Groco-Kampagne, wie wir das zum ersten Mal in der Geschichte der SPD als Mitgliederbegehren erfolgreich durchführen. Seid dabei, spd-erneuerung.de. Mehr Demokratie wagen. Glück auf!